Musik Dieser Geburtstag ist natürlich ein Stück weit Rückblick, aber eigentlich wie immer Blick nach vorne. Nichts ist so langweilig wie gestern, nicht so faszinierend wie morgen. Film ist immer etwas Modernes, ist immer das Schaufenster Gefühle und Zukunft. Und da was Bayern, was die Bavaria vor allem in den letzten 100 Jahren geboten hat für unser Land, ist sensationell. Große Pioniere, Eichinger, Fassbinder, Filzmaier, Petersen. Sie gehören zu den ganz, ganz Großen, die wir haben, die hier die Bavaria mitgeprägt haben. Heute die große Ehre, die Halle wird nach innen benannt. Es war ein unglaublich emotionales Erlebnis für mich. Man darf ja nicht vergessen, ich lebe seit über 30 Jahren jetzt in Amerika und bin das erste Mal wirklich nach 34 Jahren in dieser Halle wieder. Aber hierher zurückzukommen war einfach wunderbar. Also auch dieses Standing-Operation am Anfang, ich dachte, ich höre nicht richtig. So als ob man so als verlorener Sohn wieder nach Hause zurückkommt. Das ist ja auch nicht schön. Im Grunde macht die Bavaria-Filme weiß-blaue Träume wahr. Und es sorgt dafür, dass wahnsinnig viele Filme sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Natürlich nicht nur in Bayern, sondern die haben eine Leuchtkraft, eine Strahlkraft bekommen, die weit über Bayern hinausgeht. Und das ist Verdienst der Bavaria, was mit Sicherheit auch mit daran liegt, dass sie nicht stehen bleiben und sich nicht in ihrem Erfolg baden, sondern nach vorne blicken, auch die Herausforderungen als Chance begreifen und da weitergehen. Es ist einfach schön, sich diesen langen Weg anzuschauen. Und so ein Jubiläum heißt für mich, so ein bisschen beiseite zu treten und sich diesen unfassbar langen Weg mit all diesen vielen Arbeiten anzuschauen. Natürlich träge ich sehr gerne in Bayern auf. Das ist ganz klar. Das ist ja nun auch hier meine Heimat. Natürlich fällt mir auch ein, dass das ein bisschen meine künstlerische Heimat ist. Ich habe hier auch ganz schön viel gearbeitet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Bavaria gehört mir auch ein bisschen. Ich will nur noch eines sagen, Sie haben mir, wenn ich einen Fan in Ihrer Branche. Und dann in mir einen Förderer. Und mit unserer jungen Ministerin, der Judith Gerlach eben auch.